Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr bemerkt habt, hatte ich in den letzten Videos echt große Probleme mit dem Licht. Also ich komme fast nur dazu, irgendwie spätabends zu drehen und da es ja schon, keine Ahnung, halb sieben, sieben dunkel draußen ist, muss ich dann irgendwie mit künstlichem Licht rumhantieren und das, ich habe schon so viele verschiedene Sachen ausprobiert, irgendwie wird nie das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich versuche also jetzt irgendwie an den Wochenenden viel vorzudrehen, damit ich halt an den Vormittagen drehen kann, wo noch ein bisschen mehr Licht da ist, obwohl heute auch wieder nicht die Sonne scheint, ist irgendwie ziemlich dusch da draußen. Also ich versuche noch so das Optimum für mich zu finden. Ich tiger hier auch von Zimmer zu Zimmer, um irgendwie zu schauen, wo ich denn das meiste natürliche Licht herbekomme. Ähm, also es ist noch ein bisschen schwierig. Ich entschuldige mich jetzt schon für die echt schlechten Lichtverhältnisse in den letzten Videos. Ich hoffe, ich habe es jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen und es ist so ein bisschen besser. Das Problem ist, man sieht es immer nicht so genau in der Kamera, ähm, sondern es kommt dann immer erst, wenn ich das Video bearbeite, dann versuche ich da noch ein bisschen an den Lichtverhältnissen rumzuschrauben. Da denke ich, ach ja, ist gar nicht so schlecht und wenn ich es dann hochlade, ist es einfach nur katastrophal. Ähm, also entschuldigt bitte dafür, aber die Lichtverhältnisse ändern ja nichts am Inhalt meiner Videos. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, das geht mir ja auch so, wenn ich Videos gucke, ein angenehmeres Zuschauen, ähm, wenn es denn nicht so einen Augenkrebs verursacht. Okay, aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar geht es, ähm, ich habe ja schon zwei Videos zu dem Buch gedreht. Ähm, heute will ich euch meine endgültige Rezension abdrehen zu J.K. Rowling, ein plötzlicher Todesfall. Ich habe es schon seit einer Weile fertig, ähm, habe es aber irgendwie nicht so geschafft, das Video abzudrehen und ich musste ja am Hellen drehen, ähm, was mich im Moment echt vor Schwierigkeiten setzt. Ähm, ich muss sagen, ich hätte gedacht, ich schaffe es in einer kürzeren Zeit. Ähm, ich werde euch gleich zwischendurch ein bisschen erzählen, woran es denn gelegen hat. Erstmal zum Inhalt, ähm, also Barry Fairbrother stirbt, es geht, ähm, um die Kleinstadt, ähm, Peckford. Und dieser Tod löst halt, ähm, sehr, 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 sehr viele Reaktionen aus und, ähm, bringt Aktionen in Gang. Ähm, es hat irgendwie so diesen Desperate Housewives Charakter, nicht so, ähm, Hollywood-mäßig, aber es geht halt um Neid, um Hass, ähm, zerrüttete Familien, unglückliche Ehen, ähm, Lokalpolitik, ähm, Korruption, Geheimnisse, all sowas, was man sich da halt vorstellt. Ähm, es sind sehr, sehr viele Geschichten und viele Personen, also, ähm, viele Familien, die da, ähm, Erwähnung in dem Buch finden. Und es war am Anfang ein bisschen schwierig, sich dann immer wieder in die Geschichte der jeweiligen Person hineinzuversetzen, sich zu erinnern, oh, wer war das jetzt, was war mit dem, was hat der gemacht? Es war am Anfang ein bisschen schwierig, ähm, aber man hat sich dann so mit der Zeit natürlich auch reingefunden. Irgendwie so in der Hälfte des Buches erscheinen dann anonyme Nachrichten im Forum der Homepage des Gemeinderates. Und da werden Geheimnisse über einige Bewohner von Peckford ausgeplaudert. Und das löst so viele Reaktionen aus. Jeder wird unruhig, ähm, jeder hat jetzt Angst, dass seine Geheimnisse nicht mehr sicher sind. Und, äh, da werden die Leute natürlich, ähm, paranoid und veranstalten da auch, ähm, zum Teil komische Sachen. Ähm, und in dem Buch geht es so, es geht um Drogen, es geht um Eltern, die ihre Kinder misshandeln, ähm, es geht um Kinder, die sich selbst misshandeln, ähm, ja, alle Ehen in diesem Buch sind irgendwie unglücklich. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich glaube, es gibt keine einzige Ehe in Peckford, die glücklich ist. Ähm, es werden eigentlich viele Probleme unserer Gesellschaft angerissen und auch aufgezeigt, ähm, woran es liegen kann. Also, die Moral, die ich so ein bisschen aus dem Buch gezogen habe, ist, dass man Leute nicht vorschnell beurteilen sollte, sondern dass man manchmal auch hinter die Fassade gucken muss, um zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind, oder warum sie sich dir gegenüber so verhalten, wie sie es nun mal tun. Ähm, ansonsten ist das Buch eigentlich, es steckt voller Kettenreaktion. Und alles löst wieder irgendwas anderes aus und das Ausmaß ist einfach nicht absehbar. Aber an sich hat mich das Buch immer in so eine leicht depressive Stimmung versetzt. Ähm, weil wie gesagt, keine Ehe ist glücklich, äh, jeder hat irgendwie mehr oder minder größere Probleme. Sowas mag ich ja eigentlich nicht. Ich lese ja, ähm, zur Belustigung, zur Erheiterung. Ähm, ich lese ja auch keine Dramen eigentlich. Und deswegen war das von der Geschichte irgendwie nicht so meins. Ähm, zwischendrin zieht sich es auch extrem wie Kaugummi. Also man hätte das Buch gut um ein paar Seiten kürzen können. Aber man wird für sein Durchhalten trotzdem belohnt. Denn es müssen erst drei große Tragödien passieren, ehe die Bewohner von Peckford so aufwachen und sich dann eigentlich fast alles zum Positiven wendet. Ähm, was im Einband beschrieben ist, und zwar, ähm, J.K. Rowlings erster Roman für Erwachsene ist aufwühlen, spannend und zutiefst berührend, stimmt nicht. Also es ist nicht aufwühlen, vielleicht der Schluss so ein bisschen. Spannend ist es gar nicht. Und zutiefst berührt hat es mich definitiv auch nicht. Ähm, also das war schon mal... Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja anders, schreibt bitte mal. Aber, äh, das trifft jetzt auf meinen Leseeindruck so gar nicht zu. Was nicht, was das Einzige war, was mich auch so hat durchhalten lassen, war wirklich, ähm, dieser fesselndes Schreibstil von Rowling, den man so ein bisschen aus den Potter-Büchern kennt. Aber es konnte dann doch von der Geschichte her nicht so viel rausreißen. Ähm, ich habe ja das Buch ja echt gekauft, weil ich, ähm, die Harry Potter-Bücher so, 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 so toll fand. Und, weil sie mich immer so in ihren Bann gezogen haben, in diese Welt reingezogen haben, das ging mir hier so gar nicht. Lag wahrscheinlich auch daran, weil es einfach so... Äh, äh, alles so unglücklich war. Ähm, kommen wir mal zur abschließenden Benotung, so wie ich das schon immer bei den anderen Büchern gemacht habe. Also dem Inhalt gebe ich eine 3-. Das war manchmal so langweilig. Ähm, die Aufmachung, ja, die bekommt definitiv eine 4. Was ist denn das hier? Also, nee, gefällt mir gar nicht. Ähm, habe ich auch schon von ganz, ganz vielen anderen Leuten gehört, dass die Aufmachung echt gruselig ist. Suchtfaktor bekommt auch eine 3. Wenn ihr Schreibstil echt nicht so toll wäre, hätte ich dieses Buch definitiv abgebrochen. Und das bei 24,95 Euro. Oder, ja, 24,90 Euro. Das ist echt ein Bucher. Das ist so, so, so viel Geld für so ein eigentlich schlechtes Buch. Ähm, Romantik, ja, eine 6. Also, romantisch geht es in dem Buch gar nicht zu. Ähm, Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, ja, eine 2. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele der Probleme, die hier beschrieben werden, es natürlich auch bei uns in der heutigen Zeit sehr, 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 sehr viel gibt. Dass es so gebündelt jetzt auf eine kleine Stadt ist, dass da alle Menschen in dieser Stadt unglücklich sind. Ja gut, das ist jetzt so ein Ding, das glaube ich eher nicht. Ähm, Schreibstil bekommt eine 2+, weil es Joey K. Rowling ist. Der Lesespaß nur eine 3, weil es, also spaßig war es ja nun mal definitiv nicht. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis hat definitiv eine 4. Also, ähm, dieses Buch ist sein Geld echt nicht wert. Ähm, ich hätte gern, äh, irgendwie ein positiveres Feedback geben können. Ich habe mich echt so, so, so auf dieses Buch gefreut. Das hat mich wahnsinnig enttäuscht. Wenn sie jetzt nochmal einen Roman für Erwachsene veröffentlichen sollte, ich glaube, ich würde ihn mir trotzdem wieder kaufen, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen da draußen, die sowas gern lesen, denen das Buch unheimlich gut gefallen hat. Ähm, aber mir hat es einfach nicht gefallen. Und es ist so, so schade. Ich habe mich so drauf gefreut. Es hätte so ein Knaller werden können. Ähm, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr das Buch so gefunden habt. Ähm, die überwiegende Meinung ist ja auch eher negativ, was ich so bisher unter den anderen Videos gelesen habe. Aber mich würde mal interessieren, wie ihr es so gefunden habt. Würdet ihr euch nochmal ein Buch kaufen, falls ihr nochmal eins veröffentlicht? Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Okay, ansonsten hoffe ich, dass euch, ähm, dieses Video gefallen hat. Und das war es dann auch mit den vielen Videos zu diesem Buch. Also, ich werde nicht nochmal eins machen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Wag-Canon www. Egyptians estimator.com www. appreciated.com www.證garmedia.com www. everybody